Frau Senatorin, wie lief das Entlassungsmanagement im Fall von Ibrahim A. Reicht es aus, dass ein Gutachter keine Selbst- oder Fremdgefährdung bescheinigt hat, obwohl Ibrahim A. in der Haft Körperverletzung begangen hat, ein Drogenersatzprogramm durchlaufen hat, keinen festen Wohnsitz mehr hat und keine feste Sozialstruktur? Es ist so, das Gericht hat den Haftbefehl aufgehoben. Und zwar, weil er in der Untersuchungshaft schon fast so lange war, wie die Strafhaft es auch eigentlich vorgesehen hätte. Und in dem Moment, wo das Gericht ein Haftbefehl aufhebt, haben wir gar keine andere Möglichkeit, als die betroffene Person zu entlassen. Das ist erstmal ganz grundlegend die Situation, vor der wir stehen. Es gibt ein Resozialisierungsgesetz, das entlassenen Gefangenenhilfestellung bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft geben soll. Warum wurde das bei Ibrahim A. nicht angewendet? Unser hamburgisches Resozialisierungsgesetz macht in der Tat sehr viele gute Vorgaben für eine solche Eingliederungsplanung. Die gilt aber für Personen, die tatsächlich ihre Strafe abgesessen haben, die in Strafhaft gewesen sind. Hier handelt es sich nach wie vor um ein Untersuchungshäftling. Das ist erstmal eine grundsätzlich andere Situation. Untersuchungshaft ist auch viel weniger planbar als Strafhaft. Und deswegen gelten hier dann tatsächlich auch andere Vorschriften im Resozialisierungsgesetz. Gleichwohl ist es so, dass auch den Menschen, die sich in Untersuchungshaft befinden, bestimmte Angebote gemacht werden sollen. Und auch das ist in diesem Fall passiert. Dazu werden wir dann im Detail im Ausschuss berichten. Sehen Sie denn Versäumnisse Seiten des Hamburger Justizapparates? Wir haben den Regeln und der Rechtslage entsprechend gehandelt. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Wir haben das sehr sorgfältig angeschaut in den letzten Tagen, weil natürlich auch wir schockiert sind von dieser furchtbaren Tat. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und auf einem anderen Blatt steht, dass wir sicher über viele Dinge im Zusammenhang mit Menschen, die schon so einen Rucksack mitbringen aus ihrem Leben, auch mit hier nach Deutschland bringen, wie wir mit denen eigentlich anders umgehen können, wie wir andere Strukturen bauen können. Auch an dieser Debatte werden wir uns natürlich von der Justizseite beteiligen. Frau Senatorin, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich für das Gespräch.